Was bleibt meine Schwester Eder, die ist nämlich beim Bannen mit. Wir sind heut auf einer Villa, wo es hergeht flott und nett. Prinz Olowski, der reiche Suitier, gibt heute Abend dort ein Grand-Coupé. Kannst du dir eine Toilette von deiner Gnägen annektieren und elegant dich präsentieren? So will ich gern dich rein dort führen, mach dich frei nur. Und ich wette, dass wir gut uns amüsieren. Langeweile gibt es nieder, so schreibt meine Schwester Eder. Ach, ich glaub, sich zweifeln nicht, wär ganz so gern von der Partie. Doch recht schwierig ist die Geschichte. Könnt ich nur fort, höchst ich nur will, höchst ich nur will. Ach, wenn ich jedes Täubchen wär, fliegen könnte hin und her. Nicht in vorne und vergnügen, in die blauen Hinterwege. Doch warum schufst du Natur, nicht zur Kammerjungfer nur? Ech vor Kammerjungfer nur? Ja. 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 Ja.